das haus von agent 2 liegt hinter dem marktplatz nordwestlich hinter dem gasthaus neben schmidt alter bäckerei benutzen sie dasselbe passwort wie zuvor weil ich schon da ist ein helm also machen wir das gleiche noch mal erst mal das gas haus und mal nachgeladen ist so 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 Hey! Whoa! Wie? Das hat keine Musik gemacht. So eine Kacke aber auch. Das finde ich aber jetzt nicht so toll. Komm rein, komm schon, komm schon, zeig dich! Zeig dich! Oh, okay, ich habe keine Munition mehr, kein Wunder. Ah, scheiße! Ganz direkt da liegen bleiben. Und dann kommen wir einmal mehr. Wo kommen die alle weg? Da ist ja ein ganzes Nest. Lass sie nur kommen. Ja, boi! Nein! Du duper Drecksau, alter! Jawohl, denk dir die rüber geballern. Wie sich liebt die Knarre nicht so geil. Oh, da rennt das hätte ich nicht mehr geschafft. Na warten wir lieber, bis er hier rüber ist. So, ist heim. Ich sieg mir alle von hier ab. Da kann man hier einfach drauf loslaufen. Das alte Pumpenhaus. Okay. Schöne alte Schrift, schön gemacht, ey. Auf jeden Fall. Ach, schade. Ach, schade. Nein! Ach, schieß doch nicht da vorbei, ey. Das bringt der Ducknetz auch nicht mehr, mein Freund. Jawohl, rüber runter, dass der Dreck da bleibt. Also was will ich gar nicht sagen. Ah, ich werde das richtig... Um... wir haben jetzt wieder granaten und wir haben wieder munition für die andere superwaffe die kamen alle von da ach da oben ein Messer ok, einer ist noch, einer ist noch Apple, wir packen uns erstmal ein Apple rein voll veräppelt wo ist der andere? wo ist der andere Gauner? oh cool, zwei Helme der muss ja dann irgendwo da oben doch sein ich sehe auch nirgends vor ein Laufen, ich denke, der ist da oben irgendwo oh Moment ah scheiße Oh, super Waffe. Oh, drei Schuss nur, ach scheiße, dann können wir die nicht nehmen, dann bleibe ich lieber bei Johannes irgendwelchen Maschinengewehrchen. Oh, also habe ich mich jetzt erschrocken. Ja, Ruhe Puff, Licht aus. Jawoll. Der kam auf einmal um die Ecke. Der war hier gewesen und von hier aus hat er geschossen. Mann, oh Mann. Oh, da ist noch Munition. Alles klar. Aber wir können ein paar Kuh machen hier. Oh, da geht es nicht rein. Ja, ähm. Oh, okay. Bombenschuss Munition. Ja, die Frage ist, äh. Überstehen Boote mit Kisten drauf? Oh, äh, ja. Es hat einen Helm da oben. Und da oben ist auch nochmal... Okay, da gehen wir mal hin, weil... Was? Ja, ab. Wow, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, guck mal hier. Die Schütze sind eine super Wumme. Oh, oh. Na, ob da noch was noch dazu kommt? Da sind wir mal gespannt. Was steht da denn hier? Werden sie geheim... Gener... Und werden sie ihre... Ferien... Ver... Verfeinden... Was? Gesundheit... Ah ja, was für ein Deutsch, ey. Großes Wurstfest. Hm, oh. Hm, Wurst. Abschlepp... Zone. Wow, richtig modern gestaltet, ey. Oktoberfest. Oktoberfest. Jawohl. Axel Toffstein. Schmerzlos. Der Bonahor. Hm, 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 hm. Nee. Ah. Ihr wart ja richtig niedlich. Ich glaube, wir müssen da weiter. Keine Ahnung. Ich kann mich einfach um... umgucken. Ich soll hier was blinken sehen. Es sah da aus wie ein Helm. Dann war das diese Munition gewesen. Irgendwas angepinnt, aber leider kann man es nicht lesen. Weil da steht nichts drauf. Ok. Ok. Schade. Ah. Von hier oben runter. Ok. Hier sind wir gerade gewesen. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Geschütz hier oben. Kann man nicht runterschießen? Ok. Na denn. So. Hier oben ist ja nichts weiter gewesen. Da kann man nur runter. Also. So. Ah, da haben wir noch eine Pistole. Da haben wir Medikit. Ich frage mich, wo ist hier das Gras? Bei der Hake. Die gehört doch eigentlich für Garten. So. Was haben wir hier für einen Turm? Komischen Turm. Was? Äh. Wulfburger Docks. Wulfburg lebt von Fischfang. Die Nachbardörfer waren dagegen weniger von Glück gesegnet. Böse Gerüchte schreiben den ungewöhnlichen Erfolg der Wulfburger Fischer der Anbetung einer heidnischen Unterwasser-Gottheit zu. Ok. Tut mal einfach Escape. Ist doch viel einfacher. Bevor wir mit der Maus hier umhantieren in dem Menü. Weil wir spielen läuft das alles sackig. Oh. Ok. Lademodus. Ah. Was zum. Bitte. Norbert. Alter, wer schießt denn hier auf mich? Ich. Und von wo? Und von wo? Achtung. Ja. Ja! Ja! Schnell, 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 schnell! Komm, komm, komm! Das brauch ich nicht dafür! Ach, Mann! Da ist er! Drecksau! Was? Ach, guck mal einer an! Hier ist doch noch mal fette Munition! Das nenne ich doch mal schön! Einmal außen rumlaufen, bitte! Doch, guck! Das ist ja mal geil! So, wechseln wir erstmal wieder auf das handübliche Maschinengebärchen! He, he, he! Was war das? Okay. Oh, oh! Was zum Geier! Was hat das denn? Warte! Moment, mein Freund, das kann ich auch! Hier wimmelt's von Soldaten des Regimes! Seien Sie vorsichtig! Töten Sie nur, wenn es nicht anders geht! Ich... Weh bitte? Ich soll jeden töten, den ich sehe? Nein, ich sag den... Kann Sie nicht verstehen, Kessler! Zu viel Störgeräusche! Also... Wir... 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 Wir kennen... Wir kennen kein anderes Leben! So, jetzt... Ähm... Hammerhart, ey! Oh, da fliegen die volle Möhre in die Luft! Aber ich denke... Was? Ich hab' keine Ahnung! Wahrscheinlich hat der eine irgendeine Handgranate in der Hand gehabt und hat sich dann damit selbst eliminiert! Ja, wir haben ja hier genug Munition, ne? Heilmittel haben wir auch! Äh... Schutzrüstung haben wir jetzt natürlich nicht hier! Ah! Bombenschuss-Munition! Das ist wieder gut! Das ist, glaub' ich, für... Was? Okay! Scharfschutz-Munition! Alles klar! Für mich sieht das aus wie Scharfschutz-Munition! Keine Bombenschuss... Da siehst du, hier steht's rum! Schön! Brauchen wir jetzt aber nicht! Nein, wir haben voll... Äh, von hier oben hat er gesneakt! Äh, 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 äh... Das üben wir aber nochmal, ne, Schätzchen? Das üben wir aber nochmal! Boah, hier steht ja alles rum, ey! Munition, Heilzeug, Granaten... Okay! Hier, ah, 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 ah! Warte! Äh... Pumpenhaus! Das Pumpenhaus, das Pumpenhaus bei der Wulfburger Docks wurde 1822 erbaut und brannte 1853 bei einem fürchterlichen Schmelzbrand nieder. Es wurde ein Jahr später wieder aufgebaut, brannte jedoch erneut ab. Als, äh, ein Arbeiter während einer Routinewartung eine Öllampe fallen ließ, 1915, äh, wurde es von einem Blitz getroffen und abermals in einem großen Feuer zerstört. Die Einheimischen nennen das, nennen es das verfluchte Pumpenhaus, weil es scheinbar alle 31 Jahre abbrennt. Okay. So, wahrscheinlich sind jetzt wieder 31 Jahre rum und... Ach, äh, jemine. Ach, jemine. Das hat, äh... Kann ich hier nochmal rein? Nein! Nein! Ich kann da nicht mehr rein! Ach, du Scheiße! Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020